Es wird spannend bei KLA Tencore. KLA Tencore ist ein Elektrounternehmen aus den USA, das hierzulande vor allem Eingeweihten bekannt sein dürfte. Dennoch gibt es einen, wenn auch recht zähen Handel, sodass die Handelssicherheit auch bei uns relativ konstant sein dürfte. Dabei hat es sich gelohnt, in den Wert zu investieren. Auf Basis der vergangenen zehn Jahre identifizieren Chartanalysten einen langfristigen Aufwärtstrend, der sich kaum durch Pausen bemerkbar machte. Lediglich Ende 2015 ging es etwas nach unten, wobei Gewinnmitnahmen dieser Art als charttechnisch gesund gelten. Die Kontinuität des Anstiegs bedeutet für Investoren, dass bei Kursen von 100 Euro noch nicht Schluss sein muss, wenn die Aktie relativ deutlich über die runde Marke klettert. Wenn es mangels Widerständen schnell bis zu 150 Euro nach oben gehen sollte. Statistisch orientierte Experten wiederum sehen den Wert als sicher an. Im Renditedreieck sind die Kurse lediglich bei sechs von 56 verschiedenen Kombinationen von Kauf- und Verkaufsjahren im Minus gewesen. Überwiegend positive Renditen mit meist mehr als 10% per anno bedeuten, dass die Gewinnwahrscheinlichkeit mit 88% sehr hoch ist. Ein statistisches Kaufsignal.